Wir wollen gleich miteinander den Ostermontagsgottesdienst feiern. Das ist bei uns in Pferden immer etwas ganz Besonderes. Unsere Ministranten fahren immer am Karmittwoch nach Hildesheim zur Krisermesse, bringen von dort das geweihte Öl zurück hier nach Pferden und am Ostermontag wird dieses Öl in die Gemeinde hineingetragen. Ich stehe jetzt hier noch ein bisschen im Bild, aber ihr könnt hinter mir schon Sebastian sehen und direkt hinter mir steht Marie. Die beiden werden euch so ein bisschen erzählen, wie ist das bei der Krisermesse, wie kommt man dorthin und was passiert da alles. So, jetzt gehe ich zur Seite und die beiden sind jetzt dran. Da seid ihr. Hallo. Ja, wir sind am letzten Mittwoch, den 12.04. eigentlich, zur Krisermesse nach Hildesheim gefahren. Wir sind insgesamt mit sechs Ministranten und zwei Erwachsenen dorthin gefahren. Mitgenommen haben wir eigentlich nur uns und unsere Ministrantengewänder. Ja, als wir dann da angekommen sind, war es ungefähr halb vier. Und dann haben wir unsere Ministrantengewänder in den Ministrantenraum, so heißt der, gebracht, um dort die einfach abzulegen. Dort haben wir auch schon andere Ministranten getroffen und die wir auch schon von den vorherigen Malen kennen, weil wir da natürlich nicht zum ersten Mal waren. Ja, dann konnten wir ab halb vier konnten wir noch auf so einem kleinen Markt, dort auf dem Domhof, uns umschauen. Der wurde vor allem angeboten von der Kolping-Jugend, von der Caritas oder auch von der Malteser-Jugend. Dort könnte man was essen oder auch kleine Spiele spielen. Ab halb vier konnten wir dafür Zeit bis ungefähr 16 Uhr. Und ab 16 Uhr waren dann das Treffen der Ministranten, um die Aufgaben für den Gottesdienst zu verteilen. Ja, also in dem Ministrantenraum wurden dann Kärtchen vergeben mit Nummern, also jeder hat eine Losnummer gezogen. Und dadurch wurden dann die Aufgaben per Zufall verteilt. Man konnte dann auch tauschen, besonders die Kleineren, wenn die die Aufgabe noch nicht haben wollten. Bei Rauch wurde von den Ministranten dort in der Kirche gemacht. Und es war eine tolle Erfahrung für uns alle zusammen, denke ich. Ja. Weil eben so viele Jugendliche zusammengekommen sind. Es waren also viele Jugendliche aus dem ganzen Bistum, die man dann von überall her gesehen hat. Und der Bischof hat auch sehr toll gepredigt. Hier ist ein Heft. Kann man das sehen? Das war das begleitende Liederheft. Und da geht der Bischof eben auch darauf ein, Reformation, was das für uns, für die katholische Kirche, bedeutet. Und der Bischof predigt auch immer sehr eindrucksvoll. Der hat diesmal einen Fahrradreifen mitgebracht in die Messe. Und stand dann eben da vorne mit dem Fahrradreifen und redete auch darüber Kirche, wie die Kirche aufgebaut ist. Was ist Kirche? Eben mit dem Rad. Ein Rad hat ja mehr Speichen. Und eben außen diesen Gummireifen, wo die Luft drin ist. Und was ist Christus? Was ist die Gemeinde? Und wenn die Luft draußen ist, dann fährt der Reifen nicht. Im Gottesdienst haben wir dann einfach, die Ministranten wurden normale Aufgaben, wie auch in der normalen Heiligen Messe vertragen. Also zum Beispiel die Hostienschalen nach vorne zu tragen oder den Wein. Aber auch besondere Aufgaben für die Krisermesse. Also das waren dann zum Beispiel die Öle nach vorne zu tragen und dem Bischof zu überreichen. Auch andere Aufgaben waren auch die Mytra und den Bischofsstab zu halten. Die wurden dann zugeteilt. Während der Messe haben wir die... Ja, wurden... Hat jeder, sag ich mal, eine Farbe bekommen. Der Leitner oder der Zeremoniär der Messe hat uns dann immer angewiesen, wann, wo wir sein sollen. Und ja, das hat aber eigentlich alles ganz gut geklappt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017